Untertitelung im Auftrag des ZDF Vorne ist es nicht mehr für Thomas Müller, der ist auch ein bisschen verletzt, der sieht es ja gar nicht schön, wenn man den mal auswechseln soll, dann liegt es in den Hälften. Vorne liegt immer noch der Ronald von Mark Fischer, so kaum der Janne, Lassie. Ja, der Ronald führt hier das Feld an. Eine kleine Karotte war, glaube ich, ein bisschen reingedrückt gewesen, aber was sich denn wieder eingeschränkt, der Wissens war so eine ganze Zeit, der Wissens war ganz, ja, war kleiner, hat sich immer unter mir nicht gut sein, die Nerven stehen auf der Welt, von Rosow und dem Köln. Wie ist es, was mich angekommt, dass Fahrzeugen mit der Staaten über Norden ist, das ist einer der Schmerzfahrer hier in Deutschland. Kommt nach vorne weg, ist der Ronald von Böcker, der im Gebelhorn mit den letzten Jahren wirklich immer steckig. Das ist nicht ganz, ja, so, das ist ja genau der Schmerzfahrer, der ist für mich. So, die Brückenkörper, die Autos sind in der Mitte. Ja, nein. Bei Rücklage der Gäste, also die Gäste Karotte. Die Autos werden vor, die Beiführer die Gäste und am Handhafen. Das ist für mich ein Wächtigführer. Ich wollte nicht mal Auto ... Ich habe mich überlegt, mit Konditaturenwagen, wo auch noch 50 km pro Tag fahren ... Die Lufthürden sind ja auch ... ... die Ausdruck haben und auch mit ... 50 km pro Tag ... Wenn man das mal hochrechnet, dann würde ich nur ein Auto reinfahren, 7 oder noch einen Chamottenwagen ... ... wo schon alles ganz schön Spaß ausreiten, das Material ist. Ja, jetzt ist er noch zu fahren, der Janik ist noch mit dem Marschrohberg gegangen. Da kommt ein bisschen, das muss man aber nicht, wo man da leider nicht blieben können. Vorsprung 1,1 Sekunden vom Vorderheil von Janik. Ja, das ist der, der Marschrohberg. Ah, das ist schon die Schnellbewegung, wirklich wichtig hier. Ja, das hat die nächste, die Beschleunigung, die wir nicht machen, gerade, und die Weh-Anschrohberg ist auch ein bisschen schwerer, wenn man sich macht, ja, das ist schon schwerer, wenn man sich macht, ja, das ist so ein Auto, das ist ganz gemütlich, aber manchmal ganz gemütlich, wenn man hier einsteigt, nochmal so mit 150 Euro ist man dabei, denn das war natürlich nicht die Schnellbewegung, jetzt nicht gerade, aber 150 Euro, das hat man mit dem Marschrohberg, wo Autos zulegen und hier fahren. Hier braucht man jetzt noch eine zweite Schrecklinke, da ist eine kleine 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 Schrecklinke, und hier ist eine kleine Schrecklinke, da ist eine kleine Schrecklinke, da ist eine kleine Schrecklinke, da ist eine kleine Schrecklinke, die wir in der deutschen Maas noch zu fahren. Wir haben noch 45 Sekunden im Flugzeug genommen, der RONAT mit der 1 vor der 30, das grüne Fahrzeug, von Jörgen, von Allianz und Fahr auf Platz 3. Jetzt würden wir mal hier vorne die rechten 30 Sekunden, der Jörgen hat jetzt versucht, den RONAT hatte, die Fahrzeugen auf der Grafik, der versucht, den Jörgen ganz eng zu fahren, und der RONAT, der muss sich jetzt wirklich sehen, und man muss sehen, dass der Jörgen ganz eng zu fahren ist, dass der Jörgen ganz eng zu fahren ist, und dann hat er noch fünf Sekunden noch, fünf Sekunden noch gefahren, und die Beine sind noch nicht gefahren, die Waffen sind... die Jörgen da der Jörgen vorผม... ja ähnlich viel langer Führer... von mir zu... verantwortlichem Schulz...